Ihre mangelnde Sehkraft. Kockenschein angebracht. Die Kreatur verströmt Biostrahlung. Der Scanner ist nun so kalibriert, dass er Ihre Gegenwart meldet. Ja, friss nur weiter. Genau, hier gibt's nichts zu sehen. Die Drachen hören Sie, wenn Sie nicht in der Hocke sind. Ja, friss nur weiter. Das Ding steht mir im Weg, verdammt. Was jetzt? Ich bemerke erhöhte olfaktorische Fähigkeiten. Werfen Sie Cyberherzen, um den Drachen wegzulocken. Das zerreißt einem das Herz, was? Los, fahr! Missionsziel, den markierten Aussichtspunkt erreichen. Ich empfehle, weitere Cyberherzen zu sammeln. Die Drachen brauchst du sicherlich, wenn er her ist. So weit ist ne悟�, müssen wir strucken Shadow친x laufen. Das ist einри Kriter Speed verile當acht Riff. Vergessen Sie nicht, der Schild schützt die Soldaten im Inneren vor den Drachen, aber er hält nicht deren Fusionslässerschüsse ab. Deren was? Hallo? Verflucht. Erinnerung, werfen Sie ein Cyberherz an die von mir markierten Orte. Da freust du dich, was? Heilige Scheiße! Omega-Foß-Soldaten sind gerade angekommen. Ich sollte gar nicht hier sein. Oh nein, Sie holen sich die Wissenschaftler. Hauen Sie ab! Nicht, wenn Sie es mit Sloan aufnehmen wollen. Durchsuchen Sie die Festungsanlagen nach Ausrüstung. Ich habe in dem Bunker Waffen lokalisiert, die Sie nutzen können. Die Drachen hören Sie, wenn Sie nicht in der Hocke sind. Mission Cyborg-Sicht nutzen, um Gegner in der Basis vom Ausguck zu markieren. Missionsziel. Sie können Garnisonen auf mehrere Arten sichern. Töten Sie alle Gegner selbst, locken Sie Drachen zum Haupttor oder deaktivieren Sie die Megaschilde. Dadurch werden automatisch Drachen in die Garnison gelockt. Oh, vielleicht können Sie auch... Verdammt nochmal, halt's Maul hart! Ich mach, was ich will! Verstanden. Denken Sie nur daran, dass es zwei Wege gibt, die Megaschilde zu deaktivieren. Entweder an der Konsole oder direkt am Generator, der sich zerstören lässt. Bla, 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 töte, bla, bla, bla. Oh, ja, bla, 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 bla WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020